Und der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, Du sagest, auch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet es Menschensohn. Sitzen zur Rechten der Kraft Und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, Er hat Gott gelästert, Was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, Was dürft euch? Sie antworteten und sprachen, Du bist es noch beschwunig, 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 Da speilten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018